Hallo, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Fallout Shelter in der World 999, also 999. Mal sehen, was ich heute im Laufe des Tages so eignet hat. Oh, tot. Und die andere Person? Ah, sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Wie ist das schön. Oh, 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 da ist irgendwo der Unbekannte. Da ist der Unbekannte. Da ist er, da ist er. Ah, ich hab dich. Haha. Ich hol dich auch mal zurück. Drei Stunden dauert das. Puh. Und bei dir dauert es vier Stunden. Ja, war klar. Aber sie kommen jetzt zurück. Ich hab ein bisschen Geld in der Tasche. Leucht. Mir dauert das noch zwei Stunden oder elf Minuten. Ihhh, geht, geht. Gut. Was mach ich denn jetzt? Gucken. So, hab ich fertig. Stelle vier Waffen her. Nee, will ich nicht. Verkaufe vier Schrottteile. Hm. Schrott? Hä? 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 Ich kaufe jetzt mal alles. Da, 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 da. Ja, hab ich fertig. Was kommt da hin als nächstes? Sammle fünf Waffen. Mal gucken hier. Wie viele Waffen haben die? Eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs. Ja, passt alles, passt alles. Die sind aufgestiegen. Wunderbar. Ja, entwickelt sich alles, ne? Er entwickelt sich. Was für Quest habe ich noch? Vögel drei Raumpaare zusammen. Erstmal baue ich hier mal einen Fahrstuhl. Oder Aufzug. Und den weg. Dann gucke ich mal. De, 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 de. Baue ich mal eine Waffenherstatt hier. Setz da gleich irgendeinen. Nee. Ja, ist gut. Sammeln, sammeln, sammeln. Tada. Will da trotzdem gleich jemanden reinstecken. Hätte ich nicht noch ein paar Umlaufen hier? Nee, die habe ich einfach irgendwo eingeteilt, ne? Ha, ha, ha. Egal. Bleibt der Raum erstmal leer. Wichtig ist, dass die nach Hause kommen. Die beiden. Und dass ich unbedingt neue Leute für die World kriege. Ich glaube, dann machen wir mal. Bippis. Ist das ein Kerl? Ja, das ist ein Kerl. Rein mit dem. Oh. Falscher Moment. Falscher Moment. Die Raider greifen wir an. Oder Raider oder wie auch immer. The Master of Disaster. Hat er eine Waffe? Ja, hat eine Waffe. Also, nicht nur etwas. Den, 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 den. Kill them all. Und da war er schon rum. Den, 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 den. Den, 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 den. Ich habe einen Lug. Und da war er schon rum. Oh, einer ist vom Himmel. Jetzt gehen wir eine Etage tiefer. Ah, die haben wir auch gleich null, kann man nichts. Und ich wollte ein Woman. Hat die aus der Wasserbehandlung? Nee, noch, noch nicht. Erstmal muss ich warm, warm. Tschüss. Bis sie finnisch sind. Sammeln. Zack. Sammeln. Fertig. Fertig. Mahlzeit. Ich wollte die von der Wasserbehandlung nach oben setzen. Gut. Dann brauchen wir halt mehr Kinder. Brauchen mehr Strom und mehr Kinder. Ja, und ich wollte die... Den, das ist auch mal. Herbstzeit fertig. Ich muss noch mal holen. Ja, drei Waffen erst. Aber Geld. Geld regiert die Welt. Oder wie war's? Zack. Und die ist hier. Und die ist hier gleich wieder raus. Kommt gar nicht wirklich rein. Oh, haben wir zwei davon. Zack. Wenn er jetzt reingeht und wieder raus, das wäre er... hart. Na, er macht es wirklich. Und die Tür geht wieder zu. Damit sie wieder aufgemacht wird. Zack. Physik ausgeht. Wie viele habe ich noch? Drei? Ja, dann habe ich noch fünf. Jetzt erreichen. Ich habe jetzt keine Lust zu warten. Trammeln. Zack. Jetzt kann ich ja die Waffen mal verteilen. Outfits. Gefecht. Waffe. Gefecht. Gefecht. Noch eine Gefechtsrüstung? Boah, wie viel Gefechtsrüstung? Was gibt's denn da? T-T-T-T-T. Was drückt die? Egal. Noch gar nichts. Das hat ein gepanzert. Neu gepanzert. Neu gepanzert er. Wie kriegt er auch noch irgendwas? Über die Rüstung fertig. Da haben wir alle was, ne? Obst du nur umbekannte jetzt? Da, direkt mal der Schnauze. Ja, ich habe ein Haustier. Hey, was für ein Haustier habe ich? Eine Katze. Ich habe es gesagt, ne? Eine Katze ist es. Die Katze kriegt sie. Guck mal, wie es ihr geht. Haha, geht nicht. Oh, da haben sie sich welche lieb. Piep, piep, piep. Ja. Das nimmt hier Form an. Nimmt hier wahrlich Form an. Das kannst du hier. Das hast du? Was kannst du hier? Mach da ganz unten gehen. Ja, Schwangere müssen bei mir arbeiten. Tut mir leid, aber es ist leider so. Mal sehen, ob es klappt. Unter Bärchen. Was wohl? Ey. So. Schon besser. Ich kann noch rumgucken, ob es läuft. Gut. Ja, das war es dann jetzt auch. Erstmal. Was war da? Äh, der Jaoguai greift an. Er hält mich für sein Mittagessen. Ich war verrückt, diesen, äh, hoffentlich kann ich entkommen. Zwei Schaden anhalten. Booyakasha. Na gut, das war es dann auch erstmal. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Bis dann, tschüss. Tschüss.